Was geht auf YouTube? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, heute werden wir zusammen Chicken Chips machen. Wie das geht, werde ich euch zeigen. Als erstes nehmt ihr ein Chicken, packt das aus und dann schneiden wir als erstes mal den Schenkel weg. Das macht ihr, indem ihr hier reinschneidet und jetzt könnt ihr den ganz einfach hier lösen. Das Stück kann man brechen, so hier durchschneiden und schon haben wir den Chicken Schenkel gelöst. Jetzt könnt ihr hier nochmal einschneiden, das Ganze wieder brechen und da nochmal durchschneiden. Jetzt haben wir hier den Chicken Oberschenkel, von dem können wir jetzt die Haut ganz einfach abziehen. Jetzt haben wir hier die Chicken Haut, die können wir jetzt ein bisschen zurecht schneiden. Hier schneiden wir ein bisschen weg. Und wenn sie dann so aussieht, müssen wir die nur noch ein bisschen mit Salz würzen. Ich streue jetzt ein bisschen Salz darauf, verteile das Ganze auf der Haut und das kommt jetzt für einige Minuten in den Backofen. Let's go! Und schon ist das Chicken Chips fertig. Ich habe das jetzt für einige Minuten gebacken und so sieht das Ganze jetzt aus. Es ist auf jeden Fall richtig knusprig geworden und das testen wir jetzt. Okay Freunde, das war es mit dem Video. Wenn ihr Chicken Haut mögt, ist es ein ganz cooles Rezept. Wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal.